Langfristig wird die Vision sein, dass wir versuchen ein Medienzentrum hier in der Region aufzubauen, in dem wir auch über Greenscreen, Bluescreen Studios verfügen, um natürlich auch der Zeit gerecht zu werden, in dem alles digitaler wird, mehr visuell wird und wir natürlich auch hier versuchen, dem Geist der Zeit treu zu bleiben. Ich freue mich auf unseren neuen Standort, bei dem wir bessere und größere Produktionen umsetzen können. Für neue Videoproduktionen bringt uns der neue Standort vor allem eine erhöhte Geschwindigkeit, ein neueres, deutlich größeres Lager mit besserer Ausstattung, dass wir endlich mal wieder Platz für Wachstum haben. Auf das neue Jahr freue ich mich besonders, weil wir uns, wie gesagt, durch den viel mehr Platz, den wir jetzt haben, viel krassere Möglichkeiten haben, zu arbeiten, effizienter zu sein und es wird auch sehr umfangreich, vom kleinen MyWheels-Video bis hin zum riesen Kinofilm-Trailer. Dadurch, dass wir zukünftig vielleicht auch mal unser eigenes Filmstudio haben werden, geht mein Herz auf. Darauf freue ich mich. Einerseits durchs Lagermanagement-System, andererseits durch die neuen Workspaces, die Konferenzbäume, ergibt sich einfach eine größere Vielfalt an Produktion. Wir haben auch mehrere Drohnen mittlerweile, die wir einsetzen können. Die Kameratechnik steigert sich und somit sind wir für die Zukunft gerüstet. Ich freue mich, mich außerdem zu können und bin super gespannt, wie es wird und freue mich total auf 2022 und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Vielen Dank an das Vertrauen an euch, an alle Produktionen, die wir dieses Jahr gemacht haben und ich danke natürlich auch für das Vertrauen in die Zukunft im Bereich des Video-Marketings, wo wir gerne natürlich noch eins draufsetzen im Jahre 2022. Und deswegen an dieser Stelle sage ich auch natürlich dem gesamten Kühn-Media-Team vielen, vielen Dank einfach von Herzen. Es ist eine schöne Zeit bisher gewesen. Wir hatten tolle Produktionen gemeinsam und harte Zeiten auch. Auch natürlich sage ich vielen Dank an das gesamte Bauteam, was wir natürlich parallel jetzt innerhalb von ein, zwei Monaten kurz mal nebenher noch aufgebaut haben. An dieser Stelle, ich wünsche allen eine erfolgreiche und angenehme Zeit im Jahre 2022. es ist eine schöne W